Ich versuche immer so früh wie möglich auf die Arbeit zu gehen, damit ich auch so früh wie möglich heimgehen kann, logisch. Ich habe es heute Morgen geschafft. Ich bin heute Morgen um Viertel nach sechs aufgestanden und war um sieben auf der Arbeit. Ich bin so stolz auf mich. Anno schreibt, liegt aber auch nur daran, dass du das Wichsen ausgelassen hast. Ja, es ist immer noch November. Ich habe mich eben schon mit Anno im Discord, äh, Discord, im Teespeak drüber unterhalten. Ich bin noch drin, Bros. Ich bin noch drin und ich schwöre hier auf mein Audi, dass ich noch drin bin im November. Also, ich habe zu Anno eben schon gesagt, meine Eier sind so groß wie meine Narinen, aber November durchgezogen. Ne, noch nie. Es ist, naja, wir sind jetzt den fünften Tag vom November. November. Aber ich habe durchgezogen, Freunde. Und wie war dein Tag passiv? Mein Tag war toll. Hat schön angefangen mit Katzen streicheln. Oh, Muschig streicheln ist, äh, Katzen streicheln ist immer gut. Oh, ich bin in der WhatsApp-Gruppe, da ist gerade der neueste Playboy reingeschickt worden. Ei, 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 ei. Ich glaube, Paul, das war es am 9. November, ne? Oder wie war das für eine Diskussion mit dem TeamSpeak? Ah, da ist ein guter Artikel drin. Da geht es auch um den neuen BMW, der ist echt schön, ne? Ja, genau. Ja, klar. Ich kaufe mir den Playboy nur für die Artikel. Und Chefkurs, wie man richtig Steak macht, also ganz wichtig. Darum geht es ja im Playboy. Und wo das beste Fleisch vom Rind herkommt? Hier geht es um Kochen. Hier geht es ganz viel um Kochen, guck mal. Ganz viel Kochen. Wie stark hast du da jetzt immer reingezoomt? Null, gar nicht. Da, guck mal, das ist nur Alkohol. Hier geht es um Alkoholkochen. Da sind gar keine nackten Frauen drin. Oh, doch. Jetzt ist er enttäuscht. Alter, was ist denn das für ein Bild? Ich glaube, Paul, das gehen wir eben fünf Minuten weg. Jo, wir sehen uns kurz nochmal fünf Minuten Stream-Pause. Kriegt einen Daumen nach oben. Jetzt geht es um Uhren, Cybermobbing, Fußball. Ei, Muchacho, Cowgirls. Und schon wieder Titten dazwischen. Ich glaube, Paul ist gleich wirklich mal aus Versehen so für fünf Minuten weg. So, ne, jetzt habe ich den Playboy durch. War ganz gut, war ganz gut. Speichern für später ansehen. Was? Ja, Paul umarmt sich wieder selber. Juhu. Oh, 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 oh. Ja, oh. Was, wenn sonst keiner macht, wa? Und ich bin tot. Wer war das? Welcher Wichser war das? Na, egal. Man muss immer zuerst auf den Sweeper gehen. No front, Paul. Äh, Paul, du kannst mal die Discussion-Time runter setzen. Nein, ich wollte gerade Emergency Alert machen. Renn, 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 renn. What? Wie weit ist denn die Kill-Distance? Ach, der hier Pissnake, Alter. Ja, Alex ist. Alex ist der Wichser, ist dabei. Hab nichts gesagt. Hab mich auch nicht aufgeregt. Bin auch nicht der Typ, der sich aufgeregt wegen dem Spiel. Ich krieg's noch an den Hals. Passe ich schon wieder. Der ist schon wieder und ich war noch nicht einmal. Ja, das ist doch... Come, electrical communications. Ich hasse dich, Alex. Alex, ich hasse dich. Alex, ich hasse dich, maaaann. Warum immer ich als Erster? Das ist doch Scheiße. Rücken wir da hin. Dann Upper Engine, Shields primen. Passiert. 1, 2... Ich sag nix mehr. Ich sag einfach nix mehr. Bin ich jetzt nicht wert, Alter. Ich fang an zu weinen. Ich fang an zu weinen. Ich will nicht mehr. Ich spiel jetzt keinen, ich spiel keinen Among Us mehr. Ich mach gleich wieder Slots an, ist mir egal. Der Imposer. Kann man eigentlich jemand permanent von Twitch bannen, dass jemand nicht mehr zugucken kann? Weil ich würd gerne Alex bannen. Weil der hat's schon verdient. Der hat's verdient. Ja, stimmt's doch, wie er dich immer tötet. Ist einfach n HURNZON! Wie man jede Runde aus Pfannen Alex rausbunden, weil der eh immer ist. Ja. Genau wie man jede Runde aus Pfannen Paul tötet. Ja. Hehehehehe! Hehehehehe! Schon lange nicht mehr so gelacht! Endlich! 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 Es ist so weit! Jungs! Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Es wird so lustig. es wird so lustig es wird so lustig entweder fliege ich jetzt direkt auf oder ich mache hier so geile runde ha 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 also fix lights ja mein fehler du bist nicht gut es ist paul er hat gerade oben gelegt und statt auto zu machen bei jetzt einmal im poster ich hasse euch alle er schnauze ich geh jetzt ich geh jetzt in mein bett bein und post da von insta story wie ich mich ritze Nein, Schnauze, ciao Viel Spaß beim Schneiden, Enno Ja, danke, blöder Wichser Ja, ich dich auch